Weiche und Herzogin von Nonsens, Samantha Grant teilt aus Samantha Grant kann es anscheinend nicht lassen. Bereits vor der Hochzeit von Prinz Harry, 33, und Samantas Halbschwester Herzogin Megan, 36, ging sie mit diversen Star-Themens über die ehemalige Schauspielerin an die Öffentlichkeit. Nachdem Vater Thomas Markle es er. Die beiden Geschwister aufgefordert hatte, sich zu vertragen, kehrte kurzzeitig Ruhe ein. Doch jetzt schoß erneut gegen Megan und ihren Ehemann. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, ließ die 53-Jährige auf ihrem privaten Vetter Akku und eine regelrechte Hashtirade gegen die einstige Suits-Darstellerin ab. Harry ist ein Weiche, das er der Herzogin von Nonsens erlaubt, jeden, der ihr nahe steht, so schlecht zu behandeln. Vor allem ihre Familie, schrieb Samantha und fuhr fort, Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana 36, wäre beschämt darüber. Dann ging Meghans Schwester verbal unter die Gürtellinie, indem sie twitterte, hör auf, Meghans Höschen und BH zu tragen und hol dir deine Hosen zurück. Möglicherweise hatte das TV-Interview, dass es er. Vor kurzem gegeben hatte, Öl ins Feuer gegossen und den Konflikt zwischen den beiden Schwestern wieder angeheizt. In dem Gespräch hatte Thomas Details über Harrys und Meghans Beziehung ausgeplaudert und den Prinzen Sympathien für US-Präsident Donald Trump unterstellt. Seitdem herrscht Funkstille zwischen Vater und Tochter. Thomas soll angeblich nie wieder zu royalen Events eingeladen werden.